UNTERTITELUNG Das ist Braun! Der Beschützer von Freyjord. Der Größte! Und wer seid ihr zwei? Ich bin Nunu. Das ist mein bester Freund Willem. Was führt euch hierher? Freyjord ist hier ziemlich rau. Kein Ort für Kinder. Wir suchen nach dem Herz der Blauen. Weißt du vielleicht, wo es ist? Meine Mama sagte, es wäre an einem Flügelberg. Braum weiß nichts über dieses Herz der Blauen. Aber ein Flügelberg, sagst du? Kommt, folgt mir. Ja! Wahoo! Ja! 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 Ja!